Alle sofort auf Position. Das ist keine Übung. Sie greifen an. Burgis Zepter muss hier sein. Strucker könnte so viel gegenwärtig aufwenden. Maria Hill an alle Avengers. Rücken Sie auf die Festung vor. Wir haben Strucker dort geortet. Halt die Avengers auf! Und damit neue Leute und willkommen zu einem weiteren neuen Spiel. Heute spielen wir mal Lego Marvel Avengers. Ein neues Spiel. Ein Neuanfang. Das ist eine Lücke. Ach ja. Vier. Drei. Das ist keine gute Schilds. Denken Sie das zu bauen. So. Ops. So. 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 Moment. Abdrücken. Yes. Ach ja. Und wieder geht eine neue Geschichte los. Kurz vor dem Abstürzen. So. Und nun? Unsichtbar. Was sagt denn der uns das Teil? K. drücken im Ort wie diesen nach verborgenen Gegenständen zu suchen. Und das können wir nur unser... Nein. Ich kann es nicht mehr machen. Das ist echt komisch. Ah. Jetzt. Nein. Jetzt. Ah. Ah. Immer helfen die Punkte uns noch. So. Ah. Da oben ist etwas. Wieseln. Hochziehen. Oh, ich. Hinterstatt. Jetzt müssen wir auch mal noch hin. Oh. Doch. Dann gefriert man ja. Nochmal. So. Jetzt aber. Oh. Noch mehr. Von diesen Soldaten. Dann wollen wir uns vorkämpfen. Und dann wechseln wir K. Und sie kann sofort ziehen, das ist doch toll. Und davon ist nichts mehr wieder. Super Action! So, und dann kommen drei Soldaten auf uns zu. Der Flog aber. Ja genau. So, und dann kommen wir einfach gar nicht gerne, ne? Tut mir leid, stehle ich in die Show. Schöne Bekanntschaften zu machen. Oh, was ist das? Aha, ein Sammlerpunkt. Gut, weiter. Nochmal. Aha, ich muss einige davon. Egal, wir wollen uns nicht weiter aufhalten und... Schwingen wir uns hoch zum nächsten Part. Ja, das mit dem Überraschungseffekt hat sich erledigt. Kann man jemand den Bunker ausschalten? Dankeschön. Ja, das mit dem Bauch. Ja, der richtiger... ... ist ein riesig Blöck. Okay, das ist nicht weitergegeben, läuft aber weg. Nein, die Ziegeln, wenn schon... Ach, geht nicht weg hier. Das hat mir alles zu spät, was bestimmt. Schnell, jetzt! Jungs, hört auf. Lasst uns reden. Nicht leben. Okay. Und weiter geht's. Gute Antwort. Eine Max... Ach so, Max 5. Ah, jetzt sehe ich's. Wir können mit uns ein Laser was zerstören. Let's go. Ah, eine neue Brücke entsteht. Zufälle gibt's, ne? Erkennst du eine Quelle für den Schutzschirm? Keine schlelle Brücke. Wo ich glaube, es geht. Rucksack dringend. Ach, das ist mein Job. Und da haben wir schon einen Job für ihn. Schön die Wand ausreißen. Und wieder was für uns. Gold. Richtig. Oh, das ist mein Job. Oh, das ist mein Job. Oh, das ist mein Job. Das hat nicht gereicht. Du musst noch ein bisschen mehr... Du musst das denn... Ausreißen. Fällig. Das Teil ist nicht komplett entfernt. Die Schrott-Tüte. Und... So für die... Es gibt keine Version der Geschichte. Super Attacken. Super Attacken. Hey. Wo kommt ihr denn hier, der Klon? Oh, das ist mein Job. Oh, das ist mein Job. Oh, das ist mein Job. Du... Du... Egal, die Teile zu sichern, das ist nicht spätestens genug. Oh, da kommen schon unsere Gegner. Richtig. Schön in die Eiswand rein. Richtig. 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 Baaah. Lecker. Oh. Ist ja richtig ein Bonus hier. Schade, dass er nicht schlagt. In der Luft. Kapitulation angenommen. Baaah. Junge, ich würd nicht so gern vor diesem Hammer getroffen werden. Der muss ja richtig... Weht. Der ist so ein starkes... Oh, Schock. Na komm, schieß es zurück. Ey. Mein... Lieber Freund. Und... Und... Und der... gebe ich jetzt einen... fliegenden Hammer. So, weiter geht's. Was haben wir denn hier? Na? Zum Zerbrechen? Oh, nichts Besonderes. Er kann auf jeden Fall nicht... Diese Gitter zerstören. Die können unser... Guter Freund hier. Bestimmt. Ne. Ne. Oh nein. Das ist... Noch nichts. Gut. Weiter geht's. Gute Idee selbst. Oh, Captain Rucker. Äh, äh. Iron Man und der andere Typ. Können das nicht? Ich. Gut. Feuer kann unser guter Freund hier. Jay. Hurricane. Ah! Und weg. Verdammt. Ah, jetzt werden wir das bauen. Und... Meine Gott. Hä? Der kann aber aus seiner Flamme raus. Und die nächste. Kajott. So. Wir bauen uns ein. Dann was Schönes hier. So. Was gibt's zum Waffen? Uh. Panzer? Wasser zwei Ketten und ein riesen Bohrer. Kein Fall. Auf jeden Fall. Oh nein. Exklusiv. Was kann unser Freund denn hier? Gar nichts. Jetzt seh ich das. Gut. Ah. Schwer. Falscher Knopf. Ah. Hauptmann. Uh. Und weg mit dir. Riesenrad. Ah. Da haben wir schon unser... Druckenziele. Oh nein. Verwichtet sie! Haha. Lenni. Diese Geschütze werden nicht nachlassen. Der Graben wäre eine bessere Idee. Ich nehme Feuer. Dankeschön. Spiel. Garget. Egal. Wir haben es geschafft. Wir müssen jetzt mal das Fahrzeug zerstören. Wir müssen unseren Weg blockieren. Und drauf da. Ich sehe hier keinen. Das Karte? Das... Oh siehst du. Fahrzeug, die man überhaupt kann. Ah. Käpt'n für dich. Ben. Fertig. Gequiert. Oder beladen. Yeah. Das ist weiter. Hydra. 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 Wer ist die Hydra? Unglässlich. Das ist praktischer als man denkt. Sehr heftig. Aua. Du bist ja tot. Du stehst wieder aus. Und bye bye. Totale Zerstörung. Das war's für dich. Das war's für dich. Und das war's. Ah. Sir, die Stadt steht unter Beschuss. Wir wissen ja, dass starke zivile Opfer herzlich egal sind. Schick die Iron Legion hin. Iron Legion. Dieser Quadrant ist nicht sicher. Bitte treten Sie zurück. Wir sind hier um zu helfen. Bitte treten Sie zurück. Wir sind hier um zu helfen. Mhm. Wer hat den Angriffsbefehl erteilt? Herr Strucker. Es sind die Avengers. Sie haben's auf Zepter abgesehen. Wir werden nicht weichen. Die Amerikaner schicken ihre Zirko-Sachen um uns zu testen. Wir schicken sie zurück. Keine Kapitulation! Keine Kapitulation! Ich werde kapitulieren. Wenn wir den Avengers die Waffen geben, untersuchen sie vielleicht nicht. Aber die Zwillinge. Sie können es nicht mit allen. Nein, nein. Ich meine, die Zwillinge. Hast du das nicht kommen sehen? Zehn! Das ist der perfekte Start. Und weg mit euch! Oh! Was fliegt denn da? Eine Rakete! Ah! Und zurück! Auf die Elite! Es geht hier deutlich schneller, wenn man nur K drückt. Und schau mal wieder! Und schau mal wieder! Zau mal wieder! Zau mal wieder! Dann brauchen wir uns ein schönes... kleines Hähnchen. Für die nächste Rakete! Und los! Los! B! Oh! Wir fangen auf die Treppe! Und ich habe schon welche gesungen! Das ist nicht zu schwer! Ja, das ist nicht! Aber dann sollte man runtergehen. Dann bin ich hier und hier und zu. Wir fangen auf die Treppe! Wie können wir jetzt nur wenige verdienen? Jetzt schon Probleme, aber nicht doch! Nee, du brauchst hier nichts mehr. Wahrer Avenger, Alter! Direkt! So viele Punkte aufgesammelt! So! Ah! Dann können wir diese mitpflanzen! Zerstimmen! Und aufbauen! Perfekt! Zum drüberklettern! Über diesen... Über das Feuer! Sehr gewagt! Auf jeden Fall! Ich kann... gar nichts anrichten! Und... Na komm! Dann bin ich aus! Das ist der erste. Und zum letzten. Ich denke, das war klar. Wow. Oh, wir können das verstören. Das bin ich verurscht. Mit Feuer aus. Voll mit Münzen. Wir können eine ganze Menge Geld fahren. So wie es aussieht. Und das war's hier runter. Alter, weg zerschossen. Ich stehe zurück im Klang. Das ist nicht so schwer. Ja, nimmst du nicht so schwer. Boah, dreimal Bonus. Das ist nicht schlecht. Gut, dann wollen wir zum nächsten. Und zerstöre ich es. Was? Oh. Zufall, dass hier ein Loch ist. Das wollen wir nicht. Aber ich sehe, dass wir das Baum kriegen. Ey, da kommt hier einfach nach. Ups. Na komm. Das war's weg. Ach. Super. Und das letzte können wir nicht hier. Vollkommen zerspannt. Oh. Super-Makete. Und wir können rein. Hier liegt das Gebäude. Dass es richtig zerstört ist. Sicherungs-Modus. Sicherungs-Modus. Gut. Und ich hab was größeres. Ich stehe vor dem Hauptgewinn. Eine Zwilling. Hypnose. Ich hab'n Wenn dir die Neues auf uns zukommen. Das erste nimmt, lassen wir zu. Schluss mit Strucker. Ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.